Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Gedanken sich ständig im Kreis drehen? Als würden alle auf der Überholspur reden und Sie stecken auf dem Standstreifen fest? Ja, der Druck der heutigen Welt kann für uns alle überwältigend sein. Aber hey, nur Mut! Es ist in Ordnung, den Fuß vom Gas zu nehmen, den Stecker zu ziehen und eine Pause zu machen. Es ist nicht nur okay, sondern sogar essentiell. Man braucht seine Auszeit, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen und Kraft zu sammeln. Entdecken Sie die Welt der Grounding-Techniken. Das sind einfache Übungen, die dabei helfen, wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Als würde man die Pause-Taste drücken. Halten wir doch mal zusammen inne mit der 5-4-3-2-1-Methode. Nehmen Sie eine bequeme Position ein und schließen Sie Ihre Augen. Hören Sie auf meine Stimme und atmen Sie dreimal bewusst ein und aus. Atmen Sie tief durch die Nase in den Bauch ein. Halten Sie den Atem für 3-2-1. Atmen Sie aus. Atmen Sie wieder tief durch die Nase in den Brustkorb ein. Machen Sie es mir nach und atmen Sie durch Ihren Mund aus in 3-2-1. Atmen Sie aus. Machen wir das Ganze nun auf 6. Einatmen. Halten Sie den Atem an für 6-5-4-3-2-1. Öffnen Sie die Augen wieder. Sehen Sie sich nun den Bildschirm an. Was sehen Sie? Wählen Sie fünf Dinge aus, die Ihnen gefallen. Welche Farbe haben Sie? Bewegen Sie sich oder nicht? Was gefällt Ihnen an Ihnen? Schauen Sie nun vom Bildschirm weg und achten Sie auf Ihre Umgebung. Konzentrieren Sie sich auf vier Dinge, die Sie fühlen können, wie die Raumtemperatur oder die Beschaffenheit des Gegenstands, auf dem Sie sitzen, oder den Stoff Ihrer Kleidung. Kommen Sie der Welt um sich herum näher, wörtlich und im übertragenen Sinne. Dadurch erinnern Sie sich daran, dass Sie hier sind, dass Sie sicher sind, dass Sie die Kontrolle haben. Atmen Sie ruhig weiter. Konzentrieren Sie sich nun auf drei Dinge, die Sie hören können. Schenken Sie nun Ihrem Geruchssinn Aufmerksamkeit. Konzentrieren Sie sich auf zwei Dinge, die Sie riechen können. Wie riecht die Luft? Woher kommen die Gerüche? Beurteilen Sie sie nicht. Nehmen Sie sie einfach wahr. Atmen Sie einfach tief ein. Halten Sie den Atem für 4-3-2-1. Atmen Sie aus. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Jetzt, da Sie wissen, wie Sie diese Methode anwenden, können Sie sie jederzeit und überall anwenden. Grounding-Techniken sind nicht nur hilfreich, wenn Sie unruhig oder ängstlich sind. Sie sind auch im Alltag nützlich. Sind Sie vor einem Test gestresst? Grounding kann Ihnen helfen, sich zu konzentrieren. Sie sind nervös, bevor Sie etwas anfangen? Grounding kann Ihre Angst lindern. Grounding-Techniken sind Ihr persönlicher Ruhepol im hektischen Alltag. Vergessen Sie nicht, Sie haben die Macht, alles zu pausieren, wenn Ihre Gedanken sich das nächste Mal ständig im Kreis drehen. Atmen Sie ein und aus und konzentrieren Sie sich auf die Welt um Sie herum.